So, willkommen zurück. Wir machen gleich weiter. Kann sein, dass ich mich ein bisschen anders anhöre als sonst. A, es ist verdammt früh. B, die Katzen spielen mit dem Ball im Hintergrund und sie haben mir meinen Stoff von meinem Mikro geklaut. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding ist. Es wird wahrscheinlich irgendwo unter meinem Bett bzw. unter meinem Schreibtisch liegen. Aber ich habe gerade schon eine Stunde gesucht. Gefühlt eine Stunde gesucht. Ich finde es nicht. Naja, okay. Spiel fortsetzen. Genau, da sind wir mit Skiffy oder wie das Vieh heißen mag und dem Freund hier. Ja, wie hieß er noch gleich? Irgendwas mit Sand, Sand. Ach, egal. Irgendwas mit... Keine Ahnung. Das ist mir gerade relativ... Wie nennen wir ihn? Ach, ich habe es. Wir nennen ihn einfach Yoshi. Yoshi! Ich mag Yoshi. Ich mag Yoshi. Oh, was steht da? Tasse Fitz schafft dir eine schnellere Geschwindigkeit. Als kleine Dreingabe kannst du mit dem Harn-Nup-Schädel durch manche Felses schmettern. Oh, das ist... Äh, ich gehe davon aus, der ist damals gemeint. Okay. Bisschen Anlauf. Yeah! Ah! Schau mal, einer. Guck, wie einfach sowas geht. Hey! Ha! Halt, nee, der war falsch. Der da. Komm schon, hol sie dir. Yeah! Skiffy! Skiffy, okay. Wuhu! Oh, da geht's ja runter. Checkpoint! Oh-oh. Ähm. Musst du mal wieder runter vom Nut und laufen? Ja, Rabsspring. Du kannst auch mitten im Sprung absteigen. Hochgelegen. Ah. Easy, boy. Ah, kein Wunder. Ah. Kommt das Vieh auch mit? Juhu. Juhu. Oh, nee. Da hinten gibt's jetzt böse Ärger wahrscheinlich. Ja, tut's! Ist ja gemeint. Ich konnte noch ja nicht springen. Wissker. Oh, da ist was. Geh auf. Ah, da muss er garantiert irgendwas machen. Achso, falsche Taste. Hahaha, kein Wunder, sich hier rumspringen. Na komm, rin mit dir und mach's kaputt. Herrlich. Gut gemacht. Ach, dann kann ich wieder mit dem... Na? Stirb, du blödes Vieh. Juhu. Hm, dahinter ging's noch weiter, oder? Das ist nur so ein kleines Stück wahrscheinlich. Juhu. Dapp, 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 dapp. Ah, da muss ich wieder durch. Juhu. Dapp, dapp, dada, 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 dada. Wenn du angegriffen wirst, kannst du mit einem normalen Schwertmanöver... Taste 4 oder Taste... Ah. Wow. Lass mich doch lesen, du Arsch. Ah, 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 ah. Easy Boy. Oh, ist ja schlimm. Lass mich durch. Oh, da geht's hoch. Bapp, 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 bapp. Ich hab doch... Ach, das rausspringen geht auch, ja. Ich will... Easy Boy. Geht doch. Ah. Oh, da geht's runter. Ich will nicht runterfallen. Ah. Ah, ich will doch runterfallen. Ding. Okay, da komm ich hoch. Ah. Ah. Okay. Okay, das war irgendwie nicht ganz so, wie ich es mir gerade erhofft hätte. Hier, hu, 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 hu. Wir rennen. Okay, jetzt muss er bremsen. Oh. Hm. Ich muss absteigen, Großer. Ups, das war der Falsche. Oh. Geh runter. Ah. Skiffy. Oh, Mann. Ist das eine Stallung gewesen? Gop. Ne, da oben kann ich dann durch, oder? Ah. Ja. Mann. Ah, okay. Juhu. Und durch. Ah. Da brauchen wir ihn. Also müssen wir oben lang, ne? Juhu. Juhu. Okay. Und ab durch die Wand. Äh. Um Kopfgeldjigamen zu öffnen. Jetzt kannst du dann einkaufen, den Level wechseln und auf deine... Einkaufen? Äh. Waffen... Ah. Tachchen. Den kenn ich doch irgendwoher. Okay. Leicht gekühlt und Croutons, wie beim Modernen. Ja, und was machen die? Achso, maximale Gesundheit plus 20. 13.000. Ich hab, glaub ich, genug dafür, oder? Äh. Sieht alles nicht sonderlich lecker aus. Ha. Da ist Ausdauer. Oh. Oh, Schwert. Oh, neue Schwerter. Lol. Neue Kost. Plüschhäschen. Okay, warte mal. Äh, ich guck erstmal bei den Klingen. Ein leichtes, flinkes Schwert attackiert doppelt so schnell und hat eine höhere Reichweite. Ein verbesserte Klinge dieses Schwert ermöglicht Langstreckenangriffe mit automatischer Zielsuche. Schwert und leistungsstark, langsamer, aber recht mehr Schaden und spricht leicht durch abwählen Gegner. Lackiert doppelt so schnell und hat eine höhere Reichweite. Nehmen wir doch lieber das. Ja. Kostüm. Nein. Ha. Ah, ich muss ja schon gestehen, dass... Ja, tun wir mal. Okay. Kostüm. Kann ich das jetzt anlegen? Lol. Ja. Und Schwert. Hammer das. Spiel fortsetzen. Hehehe. Äh, okay, Moment. Warte, jetzt müssen wir mal runter. Die hat echt Hausklamotten an, würde ich sagen. Nettes Outfit. Oh, ich treffe das Vieh. Oh ja, viel schneller. Ist gebankt, nehme ich. Und sie trägt jetzt keine Sonnenbrille. Das ist ja... Einsatz für Skiffy. Ey! Was macht das? Vieh auf mir drauf. Ich wollte gerade sagen, es hat mich jetzt gerade fast umgebracht, wa? Hier, Junge. Juhu. 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 Hier war irgendwo was. Na, komm schon. Ach so, ich muss ja... Absteigen muss ich anders. Okay. Zack, zack, zack. Und... Alle. Hoppa! Juhu. Verdammt. Wo komm ich hier weiter? Okay, das funktioniert nicht. Ah. Ähm. Okay. War da irgendwo so ein Info-Ding eventuell? Laufen wir mal zurück. Aua. Äh. Ah. Drücke-Taste sieben, Kopfgeld... Ach so, nee. Irgendwie nicht. Verdammt! Ah, okay. Aber ich weiß jetzt wenigstens, wie ich es machen muss. Im richtigen Moment springen. Okay. Wow. Äh, das war im falschen Moment. Okay, ab dem ersten Moment, wo es bergab geht. Geht klar. Äh, ich sollte vielleicht abspringen, oder? Äh. Äh. Ich schaff das schon. Irgendwie. Okay. So. Dapp, 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 dapp. Juhu. Juhu. Warum ist die denn jetzt nicht abgesprungen? Ich hab doch gedrückt. Mann. Ach, wir versuchen es nochmal. Okay, und... Ready? Go. Nun springen doch. Warum springen die denn nicht rechtzeitig? Ich drück doch wie eine Irre. Hm. Okay, und nochmal. Dapp, 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 dapp. Juhu. Ja, doch. Wahnsinn. Kriege ich das Ding jetzt da hoch? Dapp, 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 dapp. Juhu. Was haben wir denn hier oben? Ha. Ach, lol. Toll. Alle, hopp. Wah. Eins. Zwei. Verdammt. Ich hab Plüschpantoffeln an mir. Ich fass es ja nicht. Geht doch. Ist das ein Piepmatz? Was zur Hölle? Ich hab'n Vogel gefunden? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mir das bringen soll, aber... Okay. Oh. Ah, da werd' ich ihn brauchen. Also muss ich ihn da irgendwie hochholen. Okay, klar. Ich glaub, da kann ich mit ihm dann auch durchrennen. Okay. Juhu. Na, fast. Ich nehm' mal wieder Anlauf. Ich denke mal, das wird sein müssen. Alle, hopp. Ich check' das nicht. Okay, nochmal. Und... Iuhu. Easy, Boy. Menno. Wie krieg' ich den da hoch? Ich versuch' einfach so durchzukommen. Ah. Es muss doch einen Weg geben. Ähm. Vielleicht oben lang, wer weiß. Achso. Ne. Komm' ich auch nicht lang. Das sind so Stellen, an denen ich mich nicht festhalten kann. Verdammter Drecksmüll! Ich muss doch da rüberkommen irgendwie. Ah. Hm. Guck' mal mal. Dap, 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 dap. Juhu. Easy, Boy. Hä? Ja. Was hab' ich denn jetzt getan? Ich... Ich...